So, wir haben doch noch das Idol, oder? Ja, wir haben das Idol. Saghaftes Idol. So, gehen wir das mal zurück. Dann haben wir die erste Quest-Roll-Welt gedrückt. Woher du gehst, du gehst, Froom-Wade? Uh-oh. Aha. Das ist schlecht. Ich bin froh, wir haben nicht viel Zeit hier. Ich kann irgendwas mit dem Inventar, womit ich... Nicht mal mit der Schaufel. Vielleicht können wir mit der Schaufel... The only shovel for serious treasure hunting enthusiast. Conflict Grimper, 10 Minuten durch. Ah, ja, okay. Dann sollten wir es vielleicht in 10 Minuten... ...gelöst kriegen. Digmaster, the only shovel for serious treasure hunting enthusiast. Und er kann sogar reden unter Wasser. Ah, die Kammeraffen vielleicht... Keine Staple, die zu entfernen werden. Ah, eine Vase. Das scheint nicht zu funktionieren. Breathmaster, für den Piraten, der sich über die ersten Impressionen interessiert. Das ist rückwärtsig. Ah, das muss doch hier. Hey, Nick. Ich habe gerade eine Verpflichtung gemacht. Ich will es nicht wehren. Hat es das große Knie, das du da hast? Ja. Was soll ich damit machen? Ich kann es nicht von hier erreichen. Hm. Was kann man überhaupt noch machen? Ich werde es in das Wasser. Nein, nicht das. Warum nicht? Ich muss es nicht verraten. Wir können nichts machen. Wir kommen nicht ran hier an das Schaufelzeug. Das ist sicher sehr gefährlich. Was will ich mich interessieren? Mein Prinz wird nicht auf dem. Ich werde es in die Schaufel holen. Es scheint nicht zu öffnen. Ich werde es brauchen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich denke, ich werde eine Schnauze brauchen. Diesen wird es tun. Einfach einstecken und mitnehmen. Well, das war nicht so hart. Ja. Jetzt muss ich alles tun, dass ich dieses stupide Eidl zeigen den Piratenleiterinnen und... Das war nicht so hart. Gouverneur! Hey, du kannst dich sprechen. Huh, wer würde es wissen? Was machst du hier? Kommt zu Ende der Arbeit? Nein, ich kam hier hier zu retten, um deine Leben zu retten. Fester war nicht auf meine orders, wenn er dich in da kam. Du kam hier zu retten, mich? Ich glaube, ich habe mir nicht gefühlt. Well, unsere erste Gespräche war ein bisschen wunderschön. Du hast keine Probleme, zu formen komplettes Entenzen. Aber dann wieder, so sind die meisten meiner Bürger. Aber ich bin nicht ein von deinen Bürger. Ich bin nur ein Drifter. Ein nobody. Ein würde-be-Pirate. Oh, Threepwood. Das ist romantisch. Im Mondlicht. Warum? Bist du mich schuldig? Nein, nein. Das ist nicht so. Es ist nur, dass viele dieser Piraten mir vorhanden haben. Und um zu verhindern, ich habe immer gesagt, dass mein Vater mir nicht in Liebe mit einem Piraten verliebt. Wenn sie uns zusammen sehen, werden sie wissen, dass ich liebte. Okay, dann. Lass uns zu deinem Platz gehen. Okay. Ja, auf jeden Fall. So. Achso, ja, der Papa ist da drüben. Das sollte man sehr erste Prüfungen abgeben. Das sollten wir mal machen. Dann haben wir das erste von drei Beständen. Mal schön, die Türen hinter uns zu machen. Wir sind ja nicht nur Straßenmann gebuchen. So. Weiter geht's. So, Leute. Ja, wenn es ist der Junge, der will, um ein Piraten zu sein, wie ist er auf deinen Quästen? Nein, das dann in der Sekunde. Die Diebstahlit jetzt hier machen. Ja, das machen wir gleich. Das war das nächste Aufwand. Wahrscheinlich. Und die Fechterei wird das nächste sein. Okay, da haben wir wohl das Erste erledigt. Vielleicht Dreh und Schatzsuchen müssen wir aneinander machen. Okay, sehr gut. Ein Drittel der Aufgaben haben wir geschafft. Gehen wir nochmal mit dem Bund. Sehr schön. So, na dann, dann würde ich mal sagen, ich stelle mich ins Mondlicht und dann würde ich sagen, du mich nach oben, sollte ich gefallen haben auf YouTube. Abo da lassen, Log reaktivieren und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, willkommen zurück. Ja, und damit seid gegrüßt. Willkommen zum nächsten Part, zum nächsten Stream, zum nächsten Monkey Island. So, im letzten Stream hatten wir glaube ich die erste Prüfung schon bestanden. Ich glaube wir fragen nochmal in der Kneipe nach, was jetzt noch für Prüfungen übrig sind. Können wir hier gerade mal reingehen. Mit dem, dieses Kunstwerk haben wir schon geklaut, das haben wir im letzten Stream schon gemacht. Jetzt reden wir hier nochmal. Eine Fechterei müssen wir noch organisieren und eine Schatzzukunft müssen wir hinkriegen. Das sind jetzt unsere nächsten Aufgaben. Die drei Prüfungen, die wir hinkriegen müssen. Okay, wir müssen den Schwertmeister finden und uns vorher trainieren. Okay, das X markiert die Stelle. Wir haben ja noch eine Schatzkarte. Komm zurück später und erzähl uns, wie du bist. Wir haben ja ein Protokoll. Vielleicht können wir das Protokoll. Ich will nicht, dass ich es hier rauskriege. Wir haben eine unbeschriebene Karte, das bringt halt relativ wenig. Tja, also. Warte kurz für dich, können wir. Da kommt der Koch. Kommt mit Dipp. Tja, ich weiß auch nicht. Vielleicht können wir. Gibt. Keine Ahnung. Okay, ich glaube, wir sollten hier wieder rauskriegen. So. Dann finden wir mal den Schwertmeister. Einen Säbel haben wir schon dabei. Und trainieren wir uns zum Schwertkampf. Das ist noch, wenn wir gar nicht mehr wissen, haben wir noch die H-Taste. Hier werden uns Tipps gegeben. Das X markiert die Stelle für die Schatzsuche. Okay. Können wir zum Strand gehen? Da wollen wir glaube ich noch gar nicht. Tja. Ein blutgrünstiger Pirat vielleicht. Dann fangen wir mal. Nein, da ist ein Weg gleich. Okay, was war hier auf der Insel los? Da kam man nicht rüber, oder? So, vielleicht kann man mit dem Schwert... Wenn du eine Säbe möchtest, ist es so scharf wie dein Wett. Können wir hier... Benutzung... Ein Schwert. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay, das Schwert können wir nicht benutzen. Irgendwas können wir bestimmt benutzen. Aber hier... Schaufel. Ich glaube nicht, das wird mir nicht irgendwoher kommen. Tja. Benutzung... Kabel mit... Pfahl. Joa. Willst du mit dir... Das ist... So. Die Schwert können wir nicht benutzen. Tja... In der Hook Island können wir wahrscheinlich noch nicht. Wir waren hier hinten nicht am Haus. War da nicht einer der... War da nicht der Schwertmeister. Swordmaster. War da nicht hier im Haus. Schauen wir mal. Ne, das war noch das... Das war noch das... Das Schwertmeisterhaus. Tja, vielleicht... Was willst du? Ich habe so, was es braucht. Ich glaube, du bist richtig. Okay... Er will nicht mit uns kämpfen. Wer wird wohl mit uns kämpfen können? Tja... Stan ist immer noch nicht da. Stan ist immer noch nicht da. Das ist so, wie der hier... Vielleicht kann man mit dem Sheriff kämpfen, der beim Governor sich rumtreibt. Ansonsten... Ansonsten ja hier in der Stadt. Und dann wird sich halt anbieten. In der Stadt halt nachher nur jemanden zu schauen. Was ist immer hier... Was ist immer hier... Tja... Und dann je nachher nur jemanden zu schauen! Eine dunkle Klasse... Jetzt versuchen wir noch mal hier lang, Entschuldige das Piranha Pudel. Okay. Hmm, die Tür erscheint zu belockt. Ja, aber... Aber wie? Das ist doch der Schmerzmeister dort in seinem Haus. Da waren wir doch eben, oder? Wie überreden wir den dazu, uns auszubilden? Und viel Geld. Oh, ok. Falsche Tür. Ich wollte eine Abkürzung nehmen. Ein Kindereilsmirk. Aha. Ne, da waren wir doch gerade eben. Wie tun wir es? Das ist die große Frage. Danke. Das hatte ich gerade schon von selbst. Da habe ich schon... Das haben wir schon versucht. Was willst du? Ich habe so, was es braucht. Oh, das ging schnell. Oh, das ging schnell. Wie würde ich es für frei machen? Du hast es falsch gedacht. Was hast du noch? Ich habe 30 Schmerzen von 8. Sag nicht mehr, sag nicht mehr. Schauen wir deine Schwung. Ok, guck es dir. Ja, das ist ein schönes. Lass uns zu kommen. Oh, schreit rein. Ok, du magot. Warum nicht, du schreitst das Schwung aus und schauen, was du mit dir kannst. Boi! Du kämpfst wie ein Dairy-Farmer! Ich bin normalerweise nicht verletzt, mit Vermin, wie du selbst. Aber, wenn du das Lechuck hast du eine Bühne gemacht, ich habe keine Wahl. Ich brauche das Geld. Ja, ich kann sehen, dass dies etwas Besonderes wird. Ich möchte, dass ich das nicht mit allen. Es ist nur weil, dass ich diese spezielle Student-Mentor-Pieces-Of-Eight-Bonding dass ich diese Lengthen bin. Ich werde dich gegen die Maschine... Die Maschine? Die Maschine? Die Maschine? Yikes! Ein Affe! Nein! Du wirst mich nicht verletzt! Use dein Forte gegen die Fuebel! Use dein Forte gegen die Fuebel! Advance! Thrust! Recober! Parry! Riposte! Nein! Die Maschine! 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 Nicht schlecht! Du hast eine gute Form! Jetzt werde ich dich in auf das richtige Geheimnis zu einem Sean träp. Sie wissen sie wie Lo basteln. wie in Frau. Es ist nicht immer was ihr, aber was ihr sagen, dass quarterback. Ein wirklicho�� ger tut eine Mistin in den Sie doch vorsichtig. Ah, die Bladel, das war der Petalant. So muss das. You fight like a dairy farmer! You respond with? You must be thinking of someone else! I am not a farmer! I can see we've got a lot of work to do here. You should have responded with something like... How appropriate! You fight like a cow! You see? It's razor sharp wit like that that wins fights. Let's try another. Imagine this. You're trapped up against a wall. My sword just slashed two cuts into your face. I say... Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab. You respond with? How appropriate! You fight like a cow! No, no, no! That was the response from the last insult! Doesn't even make sense when used here! A correct response to... Soon you'll be wearing my sword like a shish kebab! Would have been something like... First, you better stop waving it around like a feather duster! See? Razor sharp! Now, I suggest you go out there and learn some insults! I can't help but feel like I've been ripped off. I'm sure you're feeling something similar. Hmm... Hmm... There's no answer! 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 Ok, ja, 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 ok, ja, wir müssen jetzt wohl Beleidigungen sammeln. Ok, stimmt, jetzt können wir fighten, jetzt können wir vielleicht hier auf der Insel auf der Map können wir jetzt gegen ein paar Leute kämpfen. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. Hm. Scheinbar nichts. Vielleicht können wir mit ihm kämpfen. Okay, Squinkie. Ich bin hierher. Wer bist du? Ich bin auf der Melee-Seite. Ich schaue die Ozean für die Wälder und die Wälder. Und sie direkt an der Gouverneur. Sie mag nicht erwähnen, besonders nicht jetzt. Warum ist der Gouverneur worried über die Wälder nicht erwähnen? Eigentlich sind wir die Wälder nicht erwähnen. Ein Pirate Captain in particular. Ein deader. Aber das macht ihn nicht weniger gefährlich. Wie warst du zu sein, wenn du sicherlich blind bist? Was ist deine Wälder? Ich bin Handpick von Sheriff Scheintopf. Ich bin einfach weg, um meine Wälder zu suchen. Schönen Glück. So, na dann. Dann suchen wir mal Piraten, mit denen wir kämpfen können. Oder was? Schauen wir mal. So, wen können wir dann zum Kampf herausfordern? Können wir vielleicht... Das scheint nicht funktioniert. Das scheint nicht funktioniert. Und der drei Piraten. Das scheint nicht funktioniert. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir wieder? Du musst du und schraubst den Schwarm, Herr. Du musst du und schraubst den Schwarm, Herr. Niemand in der Stadt kann wahrscheinlich direkt dich. Und du musst dich erst trainieren. Okay. Dann gehen wir mal wieder. Okay. Dann gehen wir mal wieder. So, wie kann man mit ihm kämpfen können? So, mit wem sollen wir kämpfen? Excuse me, but Luke. Oh, it's only you again. I told you there was only one in existence. Now get lost. Tja, mit ihm offensichtlich nicht. Hey, don't mess with my rat. I'll just be running along now. Tja. 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 Tja.